Mein Name ist Markus Raschke von Protect the Planet und wir als Münchner NGO sind natürlich sehr glücklich, dieses Bürgerbegehren zu unterstützen. Es ist dringend notwendig, gerade auch kleine Grünflächen bedeuten in der Stadt ein enormes Maß an Kühlung in den Hitzenächten, die uns erwarten, weil die Klimakrise macht natürlich auch vor Großstädten wie München nicht Stopp. Und deswegen ist es extrem wichtig, um in einer Stadt wie München die Lebensqualität zu erhalten, dass das, was jetzt noch an wenig Grün da ist, in der am meisten versiegelten Stadt in Deutschland, dass das erhalten bleibt.